Mit Kontur oder nicht. Man benutzt das, um die Kontur oder Form richtig rauszusetzen. Hatte gar nichts mit Verlopfen getan. Also, dass man dann auch eine vernünftige Form da durch hat. Denn ich habe nichts mit Verlopfen getan. Wenn ich die Partie gemacht habe, der Verlopfen so und so. Was hast du dir gemacht? Ja, deswegen sage ich, die Medien machen uns heute ein bisschen durcheinander. Aber man muss auch nicht vergessen, die Medien... Also, zum Beispiel, man will Werbung. Man will, dass der Name rauskommt. Und man kann, egal was da schreiben, der Name kommt raus und die Leute lesen auch nur so heiß. Aber manche Sachen da sind schön, manche sind auch unnötig. Ja? Ja? Jo, muss man nicht alle achten. Ja. Wo ist Ihre Büro? Ja, ja. Hier ist es okay. Da muss ich mehr von mir und kontrollieren. Hahaha. Dann bin ich. Daarta... Und ich bin. Bei mir. Das ist nichts, des Neuge.